Ich schaue an LevelTV mit dem Acer Revo RL100 Desktop-PC, mit dem man auch an Computer anschließen kann. Wenn wir am Fernseher anschließen können, dann haben wir hier nicht nur eine Tastatur mit dabei, sondern wenn man hier oben nochmal drauf drückt. Jetzt ist es eine Maus. Also wenn ich jetzt hier das Ganze hier bediene, also meinen Finger hier drauf habe, dann könnt ihr wirklich sehen, am Fernseher hier ist die Maus zu sehen. Bei uns ist es wirklich sehr schön. Dann kann ich wieder umschalten und dann habe ich wieder die Tastatur, die wirklich sehr schick ausschaut. Das Ganze kann man hier, wie ihr sehen könnt, an der Unterseite hier einfach einbauen. Dann an der Rückseite haben wir hier zwei USB-Anschlüsse, Kopfhörer-Mikrofon hier oben. Weiter unten haben wir dazu noch einen optischen SP-DIF-Ausgang, HDMI, LAN und Stromkabel. Dann das Ganze kann man auch als DVB-T und DVB-C-Tuner auch eingebaut. Technischen Daten könnt ihr jetzt zwar hier nicht gut erkennen, aber hier könnt ihr das ablesen, ganz kurz, wenn ihr das Video anhaltet. Und an der Vorderseite haben wir hier natürlich noch weitere Anschlüsse, zum Beispiel noch einen Card-Reader, einen USB-Anschluss. Hier hinter einer Gummiklappe versteckt. Und natürlich haben wir hier noch ein DVB-Laufwerk. Also wirklich ein sehr schickes Gerät, schön drin. An der Oberseite hier der Jack-Button für die Tastatur. Vielen Dank fürs Zuschauen bei DVB-TV. Ich bin Balazcal. Bis zum nächsten Mal und mit dem Acer Aspire Revo SL100.